Also eins muss ich vorweg sagen, bevor du sagst, ich wär versaut, dat geht dich, dat is nit von mich, dat is von de Heinrich Heine oder von der Wolfgang von Goethe, der mit der Flöte. Ich hab's vielleicht ein bisschen umgeändert, dat kann sein. Das heißt, ich ging im Wald. Ich ging im Wald so für mich hin, sehr weihnachtlich stand mir der Sinn. Ja, nicht nur der, aber machen wir weiter. Da sah ich ein frierendes Mägdelein, dat wollt so gern gewärmet sein. Ich nahm sie mit nach Haus und wir beide zogen unsere Kleider aus. Und da ich sah, was sie denkt, hatte ich sie natürlich reichlich beschenkt. Darauf schaute sie mich böse an und sagt, hör mal, du bist doch gar nicht der Weihnachtsmann. Haha, sagte ich meine Gute, siehst du nicht, Sack und Rute? Ja, darauf schaute sie mich lieblich an und sagt, na klar, du bist der Weihnachtsmann. Musik 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 Musik